Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute, tschöda, und heute wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Vision-Kisten-Opening. Ich war gerade wieder einen Run hier durch und hoffe, dass ich diesmal ein gutes Item rausziehe. Ich könnte ja immer noch einen Stufe Einsatz, wie ich zur Vision, brauchen. Sobald ich ein bisschen mehr Corruption frei habe, kann ich das nämlich anziehen. Und, was haben wir? Oder Movement Speed würde ich auch nehmen. Ah, das ist nix. Oh, ist halt aber Lifestyle drauf, ne? Ha, aber halt totale Kack-Stats. Crit-Tempo, schlechter geht's halt nicht. Schade. Schade, schade. Also ich brauche halt auf jeden Fall Mastery, Versa oder Versa-Tempo würde auch noch gehen, ne? Aber Crit-Tempo, nee. Aber wir haben zumindest jetzt hier das Upgrade-Dings. Halt, das hier können wir schon mal upgraden. Jetzt hat der Rücken wieder ein bisschen mehr Widerstand. 110 haben wir schon und insgesamt dann 120. Ja, jetzt sind wir schon 30 quasi, die wir nur noch Rest haben. Maximal spiele ich mit 39, dass ich diese Viecher nicht habe. Dementsprechend, sobald können wir eine Zwielichtsverwaltung 1 anziehen. Und wenn ich es nicht aus den Kisten kriege, dann werde ich es mir über die Marken kaufen. So, da la, nächsten Run fertig. Noch spät in der Nacht durchgeballert. Jetzt gucken wir mal, was wir in der zweiten Kiste hier drin haben. Wieder ein Haufen Echos, dass wir mehr Runs laufen können. Das ist schön, dass die Runs sich selbst quasi wieder refinanzieren. Und wir haben Schuhe mit, ah, Aquing Void. Und guten Stats aber eigentlich, ne. Gute Stats wären es, Aquing Void. Am Anfang, bevor Aquing Void generft wurde, wäre das halt echt gut gewesen, ne. Das wäre echt gut gewesen. Schade. So, da la, nach einem anstrengenden dritten Run sind wir jetzt hier auch durch. Jetzt hoffen wir mal, dass wir irgendwas Tolles rauskriegen. Ich muss gerade blöderweise zwei Runs laufen, weil ich mich ein bisschen ablenken lassen habe. Und dann noch ein bisschen was verkackt hier. Free Death hergeschenkt und dann auch noch verreckt, ne. Da muss man sich ein bisschen konzentrieren, muss man sich. Oh, ein Crit-Item, das brauche ich leider auch nicht. So, da la, wir haben wieder einen Run durch. Jetzt schauen wir mal, was wir in der Kiste haben. Jetzt mittlerweile müsste das Item schon relativ low werden. Aber vielleicht kriege ich ja zumindest einen Movement-Speed-Gear. Das wäre ja schon mal was. Oh, Kiste nicht ganz aufgemacht. Und was haben wir drin? Wieder einen Gürtel. Ach. Ich habe einfach kein Glück, ich sag's euch. Ich habe einfach kein Glück. Gut, das war's dann die Woche wieder mit einem kleinen Vision-Opening. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.